...das reparieren lassen. Was reparieren lassen? Das Rücklicht. Alles, was du siehst, wird dir panische Angst einjagen. Und alles, was du hörst... Wer ist denn das hübsche Mädchen? Er beobachtet uns! ...wird dich an den Rand... ...des Wahnsinns treiben. Lass sie in Ruhe, bitte! Die tun alles, was du willst! Ich möchte, dass ihr zwei jetzt da rein spaziert. Nackt. Und was ist das für ein Gefühl, der Psycho im Raum zu sein? Es tut uns leid! Warum habt ihr das getan? Das war doch nur Spaß. Hey, wir haben nur Spaß gemacht! Ihr habt nicht zufällig Lust auf ein kleines Treffen nachher in einem Hotelzimmer 17? Und kommt ja keine Minute zu spät. Mach nicht die Tür auf! Mach nicht die Tür auf! Ist alles okay, oder soll ich jetzt lieber fahren? Ach so. Ach so. Mach nicht die Tür auf! pumps sinken. Ja! Es wäre naturell ist es! Mit...